Liebe Südbürger, Rarara, Hühnirineng und Südbürger, Rarara. It's time for Strunzenöder again. And we are working here in the Bickgeräte Hall again. See is the place where I'm gonna act. Gell? But in German. Nein, das ist tatsächlich zur richtigen Zeit gefilmt. Das irritiert jetzt mit Sicherheit den ein oder anderen Betrachter, aber es ist jetzt Zeit, Weihnachten zu bestellen.